Was geht ab? Herzlich willkommen in meiner bescheidenen Küche! Ja, es gibt wieder ein Burger-Rezept, aber nicht irgendein Burger-Rezept. Ich saß letztens auf dem Sofa und es gibt ja diesen Hype von den Takis, von diesen Chips, von diesen amerikanischen. Und zwar genau von denen da. Und ich dachte mir, beim Essen so, ist okay. Gibt's geilere. Aber dann ist mir was in den Kopf gekommen. Die haben so eine geile Säure und natürlich eine schöne Schärfe für die Leute, die die schon mal gegessen haben. Lass uns doch einen Burger daraus machen. Und genau das heute mache ich auch. Und zwar nicht nur auf irgendeinen Burger, sondern ich mache mein Brioche-Toast-Burger. Also Art. Ich zeige euch mal. Ich habe mir dafür hier dieses französische Brioche-Toast geholt. Und ich habe da auf jeden Fall mega mies Bock drauf. Damit fangen wir an. Wir machen eine Art trotzdem Oklahoma-Burger. Ich werde gleich meine Zwiebeln hier durch die Mandoline hobeln, durch ein Nicer-Dicer, unbezahlte Werbung wieder. Als Soße nehme ich heute die Mississippi, auch unbezahlte Werbung, original Burger-Soße. Es gibt zwei Arten von denen. Die eine ist ein bisschen heller und die hier ist ein bisschen dunkler. Die hat noch einen geilen Zwiebel-Touch. Ich will heute einen richtig leckeren Zwiebel-Burger machen mit einer gewissen Säure und Schärfe von den Takis. Glaubt mir, Leute, das habt ihr noch nie gesehen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich nehme mir hier mein schönes... Das ist so geil. Ist natürlich ein bisschen klein, aber das ist egal. Heute werde ich jetzt nicht nur das Brot, sage ich mal, anrösten in der Pfanne und fertig, nachher belegen. Nein, ich habe was ganz, ganz Spezielles mit dem Brot auch noch vor. Aber das zeige ich euch gleich. Ich nehme mir hier ein bisschen Butter natürlich. Bestreich vorsichtig. Die sind sehr, sehr weich und zwar von beiden Seiten. Wie gesagt, vorsichtig beim bestreichen. Die fleddern ganz schnell auseinander. Die packen wir uns jetzt in den Pfannen und rüsten die einmal von beiden Seiten an. Ich habe tatsächlich gerade nicht gesehen, wie klein die waren. Ich dachte, sie sind ein bisschen größer. Normalerweise würde ich jetzt zweimal 100 Gramm Patties nehmen. Wir nehmen jetzt aber für so einen kleinen die Hälfte. Das heißt, wir nehmen zweimal 50 Gramm. Machen auch unsere Gusseisenpfanne an. Ganz wichtig. Die braucht richtig Power. Das geht ratzfatz mit dem Brot. Und dann können wir es auch schon wieder ausstellen. Die werden nicht gleich sofort belegt. Die müssen wir erstmal ein bisschen ruhen, damit sie wieder ein bisschen Festigkeit kriegen. Ich zeige euch gleich auch, warum. So, wir nehmen das hier runter, packen das hier beiseite. In der Zeit, wo die Gusseisenpfanne heiß wird, nehmen wir Takis. Und jetzt machen wir die kaputt. Ich kann auch einen Hammer hier nehmen. Die so noch ganz geblieben sind, die fische ich mir jetzt auch noch raus. Ich brauche nicht viele, nur so, weil die kommen nachher als Topping mit oben drauf. Jetzt nehme ich hier eine Mandoline und hobel mir Zwiebeln hauchdünn dadurch. Da haben wir ganz, ganz feine Scheiben. Ich nehme jetzt mein Fleisch. Da das diesmal ein bisschen kleiner ist, passen beide rein. Ein bisschen Salz-Pfeffer-Gemisch. Und jetzt ganz wichtig, ordentlich Zwiebel drauf, die gehobelten. Jetzt wird gesmasht. Und jetzt der Unterschied zu meinen anderen Burgern. Hier kommt jetzt ein dünner Streifen, gelber Senf oder milder Senf, Leute. Hier, ich habe euch den auch einfach so abgefilmt. Yellow Mastart, ganz wichtig, keinen mittelscharfen Senf, sage ich mal. Das lassen wir ordentlich brutzeln. Wir nehmen unsere Mississippi-Burger Soße. Unser Brut hat gerot, es hat wieder eine Festigkeit. Und ja, es ist jetzt nicht der klassische Burger, Leute. Es wird ein bisschen schmierig, aber ich finde es geil. Ich mache hier ein bisschen Soße, hier ein bisschen Soße. So, das Fleisch wird gewendet. Da kommt jetzt unser Hochland-Cheddar drauf. Eine Scheibe jeweils, sind der kleine Patties. Die sind quasi schon durch, Leute. Also in dem Moment, wo ihr die gewendet habt, sind die schon durch. Drauffacken. Schön die Zwiebeln zusammenkratzen. Glocke drauf. Pfanne aus. Gehen wir wieder zu unserem Brot. Schön die Soße verschmieren. Andere Seite auch. Und das kommt jetzt, jetzt kommen die Takis hier drauf. Amida willst du mitmachen? Amida willst du auch Burger machen? Die kommen da wie eine Art, ja, so Crunch mit drauf. Die haben halt eine Megasäure, diese Takis. So, unser Fleisch ist fertig. Und genau so muss das aussehen. Seht ihr das? Diese Zwiebeln, die so hart angerüstet sind. Alles mitnehmen davon. Das platzieren wir hier drauf. Nehmen noch einmal ein bisschen von der Soße. Dann nehmen wir uns saure Gurken. Ganz wichtig, saure. Und weil es so schön ist, noch ein paar Takis. So für den Crunch dazu. Zwiebeln brauchen wir keine, da sind genug drin. Ein Patty. Und das ist mein Taki Oklahoma Sandwich Burger. Nennt es wie ihr wollt. Ich schwöre euch, ihr denkt vielleicht ein großes Durcheinander, aber nein, ihr müsst den probieren. Und das werden wir auch gleich machen. Ich schneide den einmal durch. Das sieht ja nicht heftig aus. Es ist eine Sauerei beim Essen, aber so ein Burger darf ruhig mal rumsaugen. Probieren wir mal. Genau das, was ich meine. Ich sag euch ehrlich, die Chips so alleine haben mir nicht geschmeckt. Ich bin ehrlich. Aber ich habe Potenzial darin gesehen, dann mit meinem Burger zu schmücken. Weil die so eine geile Säure haben, so eine geile Schärfe und einen Crunch natürlich haben. Wie so eine Art Röstzwiebeln. Und ich liebe es. Es ist wirklich heftig geworden. Doch diese ganzen Stücke Takis dazwischen, mega geil. Ohne Scheiß jetzt. Richtig krass. Wie würdet ihr den nennen? Ich habe keinen Namen dafür. Schreibt mir mal in die Kommentare. Burger, Sandwich, Takis Burger, Takis Sandwich. Ich bin echt gespannt, was für geile Ideen ihr habt. Hammer. Stark. Sehr lecker. Und deftig auch. Macht satt, obwohl so wenig Fleisch drin ist. 2 x 50 Gramm habe ich jetzt nur genommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, um nicht vergessen zu kommentieren, wie ihr das nennen würdet. Danke fürs Einschalten. Bis dann.